so meine lieben wir kommen zum nächsten design und zwar möchte ich da gerne diesen diese süße rennt hier hat mir jemand gesagt soll das sein okay dieses overlay in ein design mit verarbeiten und mit diesen wassertattoos ja da habe ich mir jetzt schon was ausgeschnitten nehme ich so eine boate oder bordure oder wie man das nennt und habe einen nagel auch schon vorbereitet und zwar mit diesem mit diesem tollen farbton ruby heißt es und bei der bei den tattoos müsst ihr aufpassen da ist immer noch so eine schutzfolie drauf und wenn ihr die nicht ab macht dann habt ihr nachher ein problem dann löst sich das leider nicht vom trägerpapier ab so genau den habe ich grundiert mit 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 diesem rot und habe dann ein topcoat drauf gemacht mit schwitzschicht tupfe ich ein bisschen ab und schau mal ja es lässt sich schon herunterschieben und zwar wollte ich das gerne dort so hin machen jetzt klebt es klebt es klebt es klebt so dann brauchen wir eine schere und werden den rest abschneiden hier das hat sie auch im bild ja so und den rest werde ich hier hinsetzen das ist ein ganz schnelles design schön fest drücken so die sind richtig super kann man sich immer erst vorstellen wenn es auf dem nagel ist man kann das auch mit einem bonding ablösen aber da müsst ihr aufpassen dass das da nicht reißt so schaut das jetzt aus immer gut andrücken das ist ganz wichtig und dann werde ich den jetzt versiegeln so und das kommt jetzt wieder in die wenn das ausgehärtet ist hole ich euch wieder zurück bis gleich so der ist jetzt ausgehärtet jetzt nehme ich die schicht ab und der schaut jetzt so aus ich finde es richtig cool so jetzt nehmen wir unseren rudolf das rentier und ich wollte den auch hier mittig platzieren also lass mal die rückseite angucken ok ich glaube ich werde das jetzt anders machen also ich nehme mir auf jeden fall hier ich packe den so an drehe den einmal um nehme mir ein ganz festes gel und werde hier jetzt das gel hin machen wenn man so steinchen setzt dann ist das egal da kann man dann immer da wo das gel ist die steinchen setzen aber bei diesem hier sind ja auch diese dieses geweih und das muss ja alles schön ausschauen und nicht so raus barzeln jetzt haben wir überall was drauf jetzt haben wir überall was drauf noch ein bisschen in die mitte so dann drehen wir das um und probieren es direkt mittig reinzusetzen und dann nehme ich mir einen anderen pinseln diesen diesen hier und werde jetzt ganz vorsichtig ein bisschen den überschuss weg machen dass man das nicht so sieht aber ich glaube das lässt sich nicht vermeiden aber das macht nichts das geht jetzt dann schon so und jetzt kommt das wieder in die Lampe und dann bin ich am überlegen ob ich da an den seiten noch was hinsetze ich habe keine ahnung aber das schauen wir dann gleich noch ich lasse das erstmal aushärten und rufe euch gleich wieder zurück bis gleich so meine lieben der ist jetzt an und für sich fertig ich finde den richtig schön mit diesen äh Bordüren da unten aber ich wollte gerne hier an der seite noch was hinmalen und zwar habe ich hier ein schönes goldton aus normalfarbe und da male ich jetzt hier so einen halbkreis hin und wir werden jetzt hier ein paar schnägel setzen ein paar schnägel setzen Vielen Dank. Und auf der anderen Seite mache ich das jetzt auch. Vielen Dank. Muss auch nicht genau gleich sein wie das drüben. So. 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 So werde ich den jetzt lassen. Der kommt jetzt nur noch in die Lampe zum Aushärten. Und dann wäre er fertig. Ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich mache mal da, sehe ich gerade, das schaut noch nicht so schön aus. Da mache ich mal noch eins hin, dass das ein bisschen gleich ist. Genau. Der kommt jetzt auf jeden Fall in die Lampe. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen und ich hoffe, euch hat das gefallen. Bis dahin. Ciao.